Hallo und herzlich willkommen beim IT-Founder-Podcast. Mein Name ist Tobias Ziegler, ich bin Gründer und Geschäftsführer der IT-Business-Coach GmbH und auch Initiator von IT-Founder. Dein Weg zum erfolgreichen IT-Unternehmer. Ich habe drei Webinare gehalten in den letzten Tagen und der absolute Kern dieser Webinare. Und das ist das, was ganz, ganz klar rüberkam, auch aus den Rückmeldungen im Chat und auch im Gespräch. Das ist, wenn du wachsen willst, wenn du zufrieden sein willst, wenn dein Business erfolgreich sein soll, dann geht es nicht nur darum, dass du mehr Kunden gewinnst. Das ist eine der Seiten. Die eine Seite ist die Demand-Seite, die Nachfrageseite, die Auftragsseite. Wenn du wachsen willst, dann brauchst du ein planbares System, um genug Angebote zu schreiben, um genug Aufträge von Neukunden zu erhalten, die auch gute Preise zahlen, mit denen du auch gerne zusammenarbeitest. Das ist die eine der beiden Seiten. Die zweite Seite ist die Delivery-Seite. Wenn jetzt mehr Aufträge reinkommen, dann musst du auch in der Lage sein, die liefern zu können, leisten zu können. Du willst ja nicht, dass du dann alle deine Kunden irgendwie vertrösten musst oder sowas, sondern du willst natürlich, dass die Kunden happy sind, dass du selber nicht irgendwie total in Stress kommst. Und das wiederum bedeutet, du kannst nicht auf der Demand-Seite wachsen, auf der Kunden- und Auftrags- und Umsatzseite wachsen, ohne auf der Delivery-Seite zu wachsen. Andersrum kannst du nicht Mitarbeiter einstellen, Team aufbauen, ohne auf der Demand-Seite, auf der Auftragsseite, auf der Umsatzseite zu wachsen. Die Kunst liegt jetzt also darin, wie schaffst du es, auf diesen beiden Seiten so zu wachsen, dass sie sich nicht gegenseitig blockieren. Und das Stichwort dafür ist die Toleranz. Indem du auf der Kunden-, auf der Auftragsseite Aufträge kriegst, die richtige Premium-Preise zahlen, mit denen du gerne zusammenarbeitest, wo du wiederkehrende Leistungen anbieten kannst, schaffst du es dir einfach, mehr Spielraum auf der Delivery-Seite zu erarbeiten. Und das erlaubt dir zu wachsen, auf der Delivery-Seite, dass du auch Schritt für Schritt ein Team aufbauen kannst. So ein Team aufbauen heißt nicht immer sofort eine Vollzeitmitarbeiter einzustellen. Vielleicht hast du schon ein Team, vielleicht hast du schon fünf, sechs, sieben Mitarbeiter. Falls nicht, kann der Weg durchaus sein, erstmal eine 450-Euro-Kraft mit reinzunehmen, eine strategische Partnerschaft mit einem anderen Betrieb in der Nähe auszumachen und sich gegenseitig zu unterstützen, wenn es mal eine Lastspitze gibt oder wenn mal einer in den Urlaub fährt. Und dann vielleicht eine Teilzeitkraft mit 50 Prozent reinzunehmen, dann eine Vollzeitkraft reinzunehmen und dann das Team nach und nach weiter aufzubauen. Und das ist im Endeffekt der Kern der ganzen Geschichte. Wenn du planbar wachsen willst, wenn du profitabel wachsen willst, macht es keinen Sinn, einfach nur mehr Aufträge zu kriegen. Macht auch keinen Sinn, einfach nur mehr Mitarbeiter einzustellen, sondern du brauchst Premium-Geschäftskunden, die gute Preise bezahlen, die dir erlauben, entspannt zu wachsen, profitabel zu wachsen. Und du brauchst diese Aufträge planbar. Du musst in der Lage sein, mehr als genug Anfragen regelmäßig reinzukriegen. Und das war halt auch so eine witzige Frage oder eigentlich traurig im Rahmen der Webinare, wo ich auch gefragt habe, hey, wie viele Kontaktanfragen, Angebotsanfragen über deine Website hast du denn im letzten Monat bekommen? Und von den Teilnehmern im Webinar kam die Antwort 0, 0, 2, 1, 0. Das heißt also, kaum einer hat eine planbare, relevante Menge an Neukunden, an Interessenten über die Website gewonnen. Und das ist aber ein Schlüsselelement dafür, dass du planbar wachsen kannst, dass du kontinuierlich über dein Netzwerk hinaus Neukundenanfragen bekommst. Erst dann, wenn du über dein Netzwerk hinaus planbar Neukundenanfragen bekommst, dann weißt du, okay, selbst wenn ich jetzt einen Mitarbeiter einstelle, ich bin in der Lage, genug Projekte, genug Aufträge zu akquirieren, dass wir weiter wachsen können. Jetzt gibt es natürlich noch ein paar weitere Schlüssel, wie du dafür sorgen kannst, dass du eine Stabilität reinkriegst, eine Planbarkeit reinkriegst. Dass du als MSP, als Managed Service Provider agierst, dass du Managed Services entwickelst und dir anbietest. Aber bitte häng dich da nicht dran auf. Da draußen gibt es so viele Leute, die quasi runterbeten und sagen, jeder muss jetzt MSP werden, das ist das einzige Modell der Zukunft. Das kann ein wichtiger Baustein sein, aber lass dich davon nicht abhalten. Wenn du gerade keine Serviceverträge hast, wenn du gerade noch keine Produkte hast, dann kannst du trotzdem neue Kunden gewinnen und die können auch trotzdem morgen in einem Jahr oder in einem Monat MSP-Kunden bei dir werden und eine IT-Flat buchen oder einen Servicevertrag. Das ist gar kein Problem. Lass dich davon auf keinen Fall ausbremsen. Also wenn du weiter wachsen willst, dann bleib auf jeden Fall dabei, abonniere den IT-Founder-Podcast. Wir werden jetzt die nächsten Folgen da noch tiefer reingehen, wie du auf der Demand-Seite weiter wächst, wie du Kunden gewinnst, wie du Premium-Geschäftskunden gewinnst vor allem, aber auch, wie du auf der Delivery-Seite wächst, wie du dafür sorgst, dass du diese Aufträge auch auf eine Art und Weise abarbeiten kannst, ohne dass du selber dir den Arsch aufreißen musst und ständig irgendwie bereit sein musst, ständig irgendwie Feuerwehrmann spielen musst oder sowas, sondern halt einfach auch ein Business aufbaust, dass du nicht nur selbstständig bist, dass du nicht nur in dieser Zeit-gegen-Geld-Modelle unterwegs bist, sondern wirklich Unternehmer wirst. Darum geht es, also abonniere auf jeden Fall den IT-Founder-Podcast. Wenn er dir gefällt, dann sei so gut, lass mir auch gerne, gerne eine Bewertung da, schreibe auch gerne einen Satz dazu. Mittlerweile geht das auch auf Spotify. Der Christopher hat mir gerade gesagt, ja, gerade vor einer Stunde haben wir telefoniert, hat er gesagt, auf Spotify geht das mittlerweile auch. Er hat schon mal eine Fünf-Sterne-Bewertung dagelassen und wir haben uns letzte Woche unterhalten, hat er mir gesagt, dass er tatsächlich alle Folgen gehört hat. Was mir richtig, richtig viel Freude bereitet und Motivation gibt, weiterzumachen, wo er auch ganz klar sagt, hey, ihm hilft es ungemein, sein Business erst nebenberuflich und dann jetzt zukünftig hauptberuflich zu führen. Und genau, wenn das für dich ein Thema ist, wenn du auch weiter wachsen willst, wenn du auch dein Business, dein Team ausbauen willst, dann melde dich auch gern bei mir, schau einfach auf itfounder.de vorbei, buch gerne einen Startup-Call mit mir, dass wir uns kennenlernen und dann schauen wir, ob und wie ich dich unterstützen kann und wie dein Weg für das weitere Wachstum auch schon kommt. Ich wünsche dir eine richtig, richtig erfolgreiche Woche und viel Erfolg mit deinem IT. Mach's gut. Ciao.